Ja, das Singen betätigt uns sicher sehr viel. Wir sind eben, wie gesagt, hier auf einem Bauhof aufgewachsen. Wir sind mit dieser Ländlermäusung eigentlich das ist uns in die Wiege gelegt worden und das Jodeln. Und wir sind einfach riesig froh und dankbar, dass wir das machen durften. Und an vielen Wochenenden auch durften wir Freude an den Leuten überbringen. Ja, das ist gemütlich, oder? Schön. Ich hoffe, es ist gut, jetzt muss ich super. Jetzt noch mehr. Ich denke, die Nervanzität ist sicher ein bisschen spürbar gewesen. Aber ich finde, es ist völlig menschlich und normal. Und es ist schön, dass wir jetzt wirklich so gut hier kennenzulernen. Ich finde, es ist schön... Ich finde, es kann spelling-Musik. Ich bin viel Flasenия und trage den Buben wie bei der Mediaste. Aber wenn ich mal lange zurückge choses, Untertitelung des ZDF, 2020